Jetzt auf Lundenbergers Zeit an, immer Vollmond, auf Stinden, 1.07 Uhr zur Buche. Das wieder heiße, eine Viererzeit wäre notwendig, Fünferzeit im Höchstfall. Sicherer vierter Platz, den hat er mal. Aber der Wolfgang, der zeigt sich von seiner besten Seite noch besser als wie ihn, wenn er bei die Fahrgesehenenläufen hat. Er hat hier auch mit Lüfter gespielt und verfügt natürlich über die Kompetenzen von Patrick Meier, der möglicherweise ein Auto hinstellt, das passt für Wolfgang Lutzenberger. Hier wäre eine ganz interessante Zeit, ob da nicht in Richtung der Zeit von Doppelreiter geht. Da ist die Zeit von Doppelreiter jetzt in Gefahr, vielleicht durch Lundenberger. Was kommt da raus? Was ist Doppelreiter gefahren? Schauen wir uns das Ganze an.